Diese Stiege halten, wir müssen in die unteren Ebenen. Es tut mir so leid, Deborah. Ich habe versagt. Helena, gehen Sie weg von hier. Halt, nicht schießen, bitte. Aua. Das Gute ist, ich konnte überhaupt nichts machen. Ich konnte nicht mal ausweichen oder so. Nix. Bist du gestorben? Nein. Bin ich nicht. Ich sterbe doch nicht einfach. Yeah. Nee, schon wieder. Aber du bist bei ihr. Wo bist du? Warum bist du bei ihr? Ja, weil ich da auch alleine war. Nee, Moment. Du warst da zusammen mit Ada. Nein, nein. Erst später. Echt? Mhm. I don't remember that. Ja, ich seh's. Na komm. Hallo. Rutt, Rutt. Hä? Oh ja. Hast du auch Spaß? Oh ja. Das freut mich. Hi. So, jetzt hier weiter. Ja, toll. Den Knüppel kann ich auch nicht bewegen, sondern diese blöde Tusse oder was? Du kannst dir nix machen oder was? Du musst die das alles machen. Ja. Die behindert. Ja, ist echt behindert. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Ich stink mir auch dezent. Und? Hopps. Sie. Passen Sie. Selbst auf. Die haben zwar schon mal miteinander geschlafen, aber ich seh's dir gerne. Was? Haben die? Weiß ich doch nicht. Ja, ich auch nicht. Ich wüsste nicht, dass das so ist. Oh, die ist so dumm, ne? Ich würde die gar nicht mal anfassen, so. Helena ist einfach so dumm. Sie ist komplett nackt. Gehnt sie sich nicht. Ja, so gesehen, sie ist zwar komplett nackt, aber sie hat ja weder Nippel noch irgendwelche weiblichen Geschlechtsorgane. Es ist zwar die Wurde. Du bist ja hart. Ja, ja. War das knapp. Das hätte fast nicht mehr funktioniert. Ich hab doch gedrückt. Ey, wie oft ich schon diesen Kampf hier gemacht habe. Ja, hundertmal. Gefühlt. Da ist sie. Da ist sie. Ja. Hallo, 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 hallo. Ich wusste, dass ich drehen muss. Komm, friss, 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 friss. Gut, einmal voll geheilt. Mach das. So gesehen hatte ich das ja eben schon. Aber irgendwie, wie gesagt, hat er eben mein R1 Drücken nicht angenommen. Oder ich habe wirklich einen Hauch zu spät gedrückt und dadurch hat das dann nicht ganz funktioniert. Boah, wie schön. Ja, super. Für den Kampf hier ist die Armbrust zum Beispiel extrem gut. Ja. Ja. Du machst dir voll kaputt. Ja, ja. So. Du musst die Munition aufheben. Weißt du, die Sache ist, die Armbrust ist gegen sie einfach mega stark. Weil die Armbrust halt extrem viel Schaden raushaut. Ist das ihr Ernst? Ist das ihr Ernst? Die bringt mich um. Schieß, schieß, schieß. Ich will. Schieß. Ich habe geschossen. Das bringt nichts. Oh, ich hatte Glück. Das war jetzt echt Glück. Warum was passiert? Ich wäre fast gestorben. Ja, was ist passiert? Warum hat es zu Glück? Weil gerade was dazwischen kam. Muss das jetzt funktionieren hier? Komm schon. Hä? Bin ich jetzt doof? So. Irgendwie, ich... Hä? Hätte das jetzt nicht eigentlich... Egal. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich muss auch nichts machen gerade, ne? Ich muss gerade auch nichts machen. Ich meine, ich könnte ein paar Zombies töten, aber... Irgendwie ist mir da nicht so nach gerade. Ja, kick die Luft, Leon. Und du bist der Beste, wirklich. Boah. Einfach ein Headshot mit der... Der scheiß Armbrust. Mega gut. Der läuft voll vor. Ja, ist doch gut. Besser, als wenn er die ganze Zeit hinterherhängt und zu lahmarschig ist. Er bringt alle um. Ach, ist das gemütlich. Aha. Bei mir aber auch. Der erledigt alles schon so schön. Der weiß man gar nicht, was man sagen soll, ne? Meinst du nicht, dass hier irgendwo ein Schlangensymbol ist? Könnte sein, ja. Hey, der schießt die ganze Zeit. Ich chill einfach. Oh. Oh, holy. Was jetzt? Jetzt muss Leon den Schalter drücken. Oder nicht? Ach, ne. Wir drehen uns erstmal oder so. Ja, ja. Ich erinnere mich. Komm, Leon. Hui. Und du bitte auch. Also. Ich bin nicht dabei. Hoffen wir, dass wir merken vor allem. Ja, ich habe ja nicht gedrückt. Ich habe gar nicht gedrückt. Oder du schießt es kaputt. Nö, ich mache einfach so. Ich habe gerade auf deinem Mühlschirm geguckt. Ich habe es gehört so. Oh, Deborah. Das bist nicht du. Aber damit hat sie sogar recht. Es ist wirklich nicht sie. Anscheinend weißt du es nicht, Fotzen. Ja, vermutlich. Das ist dann nach einem Schlangen-Symbol. Nee, nee. Ich habe... Du hast dich geheilt. Mhm. Ach so. Aua. Schon wieder. Schießen. 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 Schieß drauf. Gut gemacht. Sehr gut. Ja, da hat er auch Probleme. Oh, oh. Da hätte ich ja... Da ging mir ja... Da würde mir ja schon so ein bisschen der Kackstift gehen, ne? Bei was? Ich würde gleich einfach liegen. Oh, ich habe gedrückt. Warte. Einfach so machen. Oh, die sind so schlecht, ne? Die treffen doch nicht mal so ein blödes Fass. Was machst du denn? Nein, sie schlägt mich die ganze Zeit. Ja, warum legst du dich nicht auf den Boden? Ja, das wollte ich ja gerade machen. Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Na los. Debra! 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 Keine Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Keine Tränen mehr. Debra! Es tut mann. Keine Tränen mehr. Und dafür wird er teuer bezahlen. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh mich an. Sieh mich an. Alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Hilf mir. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein. Nein, lass sie laufen. Nein. Lass mich ziehen. Nicht meine Schwester. Nimm mich. Bitte. Ich tue alles. Bitte. Bitte, bitte. Tut sie ihr nicht mehr. Deborah! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Wie geht es Ihnen? Kommen Sie doch runter und ich zeige es Ihnen. Nein. Vielen Dank. Aber ich möchte Ihnen etwas zeigen. Mehr Spielchen? Aber nein. Nur etwas, das Ihnen sicherlich weiterhelfen dürfte. Gehen Sie zum Forschungslabor. Oh yeah, Forschungslabor. Woo! One million Subscribers. Woo! Hehe. Hm. Hier schon wieder. Ich muss irgendwas wegschmeißen. Hm. Ja, kommen hier Handgranate. Wer braucht den Scheiß? Oh. Sollte ich die wegschmeißen. So. Hä, was? Ach, hier ist noch was. Okay. So. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe sowas von keine Lust jetzt auf das Labor. Oh, nicht. Ich erinnere mich noch, ey. Boah. Ich auch. Ich glaube, das Kapitel ist jetzt vorbei. Könnte ich mir vorstellen. 45 Minuten, das kommt hin. Bestimmt ist das Kapitel vorbei. Wetten. Aber da wäre die Zwischensequenz jetzt total dumm. Also das, was wir gerade gemacht haben. Wo ist da die Sex? Wo ist da die Sex? Wo ist da? Ich habe sie gefunden. Ich habe sie auch da oben. Ja. Genau. Und bei dir ist gar keine. Guck mal, was der für Waden hat. Junge. Ist schon lustig. Aber ich habe auch so Waden. Noch mehr Kräuter. Alter. Was denken die denn, was ich hier verbraucht habe? In den letzten Missionen. Eine ganze Menge. Also entweder du machst jetzt die Tür auf oder du gehst mehr aus dem Weg. Oh. Da ersteres ja nicht funktioniert. Oh. Ich mache die Tür wieder zu, okay? Komm hier in den Raum ran. Hier kommt der wahrscheinlich nicht durch. Dann können wir den abballern. Eww. War vielleicht nicht nötig, so viel da zu verballern. Hey. Ertrat funktioniert. Ich weiß nicht, ob der da durchgekrochen wäre. Ich glaube nicht. Boah, ist der groß. Noch so ein Fettsack. Ich hätte, man könnte sich auch einfach an ihm vorbeischleichen oder so. Oh, Schlangensymbol. Ach man, kannte ich schon. Äh, da ist noch ein Fettsack. Was? Wo ist das Schlangensymbol? Das siehst du da direkt. Oh. Aua. Mein Freund, der Fettsack. Kennst du den, mein Freund, der Fettsack? Ja, ja. Ich habe ja auch einen anderen Kollegen. Okay. Der hier ist aber tot. Hm. Aus dem könnte man bestimmt eine schöne Lampe machen. Den hatte ich, glaube ich, schon angeschossen, wenn er das ist. Ja, das ist der. Den hatte ich eben schon angeschossen. Der war schon halbtot. So, Laborschlüssel. Sie sind so voll die Selbstgespräche für diese Frau. Nee, die hat ja auch niemanden, mit dem sie reden könnte. Mit wem soll die denn reden? Toll. Hier existierst du ja auch nicht. Ich gehe auch durch die Stadt. Hm. Was können wir shoppen? Genau. Lass uns doch einfach mal einkaufen oder so. Hm. Ob den Laden das wohl stört, wenn ich ihm irgendwas klaue? Ja, genau. So und nicht anders. Boah, diese Kameraperspektive, ne? Gerade. Ich will mich immer wieder dahin leiten mit der Kamera. Dabei wollte ich mich noch umgucken. Ich hasse sowas. So, wo müssen wir denn jetzt hier... Oh, hi. Oh, hier ist noch ein Fettsack. Ich mach den mal kaputt. Meine Fresse hatte ich gerade gute Reflexe. Hast du das gesehen? Nein, aber das ist jetzt Sack. Ja, ja, warte. Der ist doch völlig unnötig, dass wir den töten, weil wir sowieso hier lang müssen. Aber okay. Hui. Siehst du, das meine ich. Mit Reflexe. Damn Reflex. Hups. Ah. Ah, wo schießt sie hin? Schon klar, da, wo ich hinziele, aber... Ich weiß gar nicht, was bei mir hier gerade abgeht, weil ich bin runtergegangen. Ich weiß auch nicht, was bei dir gerade abgeht. Ich weiß nur, dass der Fettsack mich hier gleich auseinanderreißt. Ja, dann komm mal. Ja, ich will ja, aber... Darunter. Junge. Hä? Ja, warum sollten wir den Fettsack nochmal umbringen? Oder er hat gesagt, er nicht umbringen. Ich bin doch ausgewichen, mein Gott. Oh, geil. Eigentlich bist du jetzt voll im Arsch. Ach, Quatsch. Pass mal auf. Das Geile ist einfach, ich chill wieder. Komm schon, komm schon, komm schon. Lad nach. Ich hab doch noch andere Waffen. So, jetzt komm, Pass auf hier. Schieß, 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 schieß. Oh, Mann. Was ist denn los mit ihr? Oh. Mein Gott, ey. Was der aushält, ne? Richtig eklig. So. So.